Woher weiß man denn eigentlich, was in einem Modul alles vorkommt, wie das aufgebaut ist, welche Prüfungsform es gibt, welche Prüfungsvorleistung es gibt, wie man sich vielleicht darauf vorbereiten kann. Das schauen wir uns in dieser Session zum Orientierungswissen an. Wir sind hier auf der Seite der TLM-Studium und dann wähle ich mal diesen Punkt hier aus, Modulhandbücher. Da stehen diese Informationen nämlich alle drin. Die sind gegliedert nach den Fachbereichen, diese Infos. Da schauen wir jetzt in diesem Fachbereich, in dem ich bin, Mathematik, Naturwissenschaft und Informatik hinein. Da gibt es die Modulhandbücher und die Prüfungsordnung, also Modulhandbücher auswählen. Und es findet sich jetzt gegliedert nach den verschiedenen Studiengängen mehrere Ordner. Da gehen wir in die Informatik-Bachelor hinein. Und es ist so, je nachdem, nach welcher Prüfungsordnung Sie studieren, wenn Sie also im Wintersemester 2024 anfangen oder danach, dann ist das für Sie die Prüfungsordnung 2023. Wenn Sie vor dem, was war das, Wintersemester 2023 angefangen haben, dann gilt für Sie die Prüfungsordnung 2016, es sei denn, Sie haben beantragt, in die neue zu wechseln. Die sind dann wieder durchversioniert. Wir wählen also die aktuellste Version aus, die dann ab dem Oktober 2024, also ab dem Wintersemester 2024 gilt. Die habe ich schon runtergeladen. Dann bekommen Sie ein PDF-Dokument, was, wie Sie hier oben schon sehen an der Zeile, 289 Seiten hat. Das ist ein Klopfer. Den würde ich mir nicht unbedingt ausdrücken. Drucken nur vielleicht gegebenenfalls mal ein Modul, was Sie besonders interessiert. Aber das Ganze ist strukturiert. Fangen wir mal von vorne an. Da sieht das so aus. Da kommt nur ein bisschen technische Information, die wichtig ist. Auch hier nochmal die Version, welche das ist. Ein paar nicht unwichtige Infos, aber über die gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Wird noch ein bisschen das Nummerierungssystem erklärt, aber auch, wie viele Credits pro Semester und wie die Stundenzahl da berechnet wird. Kommen wir gleich nochmal kurz drauf, wie sich das alles so ergibt. Welche Prüfungsformen angeboten werden können und wie die sich definieren. Also was ist zum Beispiel eine Klausur? Das ist hier etwas, was in den allgemeinen Bestimmungen geregelt ist. Was ist eine Entwicklung in der Informatik? Da finden Sie in dem Fall eine schöne Definition. Was ist, nehmen wir mal das, die, wo ist es, die Übungsaufgabe. Das sind also alles verschiedene Prüfungsformen, die vorkommen können. Und danach geht es dann los mit der Übersicht über die einzelnen Module, die in Ihrem Studium angeboten werden. Wenn man die Prüfungsordnung im Blick hat, dann weiß man, es gibt einige Pflichtbereiche hier aus der Grundlagenphase. Das sind die ersten zwei Semester. Die muss man sowieso machen, diese Module. Dann gibt es die Vertiefungsphase, den Vertiefungspool und den freien Wahlpflichtpool. Und der ist ziemlich lang in der Informatik, weil aus den benachbarten Informatikstudiengängen werden auch die Angebote hier in den Wahlpflichtbereich mit übernommen. Darum ist das ganz, ganz, ganz schön viel. Und dann haben wir am Schluss noch den überfachlichen Wahlpflichtpool. Das sind also die Module, die nicht spezifisch informatisch sind, sondern etwas übergreifendere Kompetenzen versuchen zu adressieren, wie zum Beispiel Recht, hier gesellschaftliche Verantwortung, Digitalwissenschaft und so weiter. Und dann noch die Abschlussphase aus der Praxiszeit, die Sie meistens bei einem Unternehmen machen und der Bachelor arbeiten mit dem Kolloquium. Das sind also alle Module, die es gibt. Und das Schöne ist, diese Module sind aber in ihrem Aufbau alle gleichartig. Das heißt, kennt man ein Modul, kennt man die Struktur und weiß auch die Informationen, die in einer Modulbeschreibung drinstehen. Gehen wir mal zu Programmieren 1, das ist ein Modul, was ich zu verantworten habe. Da oben steht der Modul Code. Das ist hier auch nochmal ausgewiesen, wie die Veranstaltung heißt. Und das ist im Bachelor, sorry, in Modulbeschreibung auch üblich, dass man in Teilen noch englisch die Informationen angibt, wenn wir ausländische Studierende haben, die sich dann auch informieren, leichter informieren können über ein Modul. Modulverantwortliche, das heißt erstmal nur, ich bin für diesen Text, der da drin steht, verantwortlich und pflege diese Information. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass ich auch Lehrender sein müsste, ist aber in der Regel der Fall. Das heißt, sie finden mich hier auch als Lehrperson, aber auch andere Kollegen, Kolleginnen, die dieses Modul anbieten. Diese Information wird nicht immer ganz so aktuell gehalten. Es kann also auch sein, dass ein Kollege, Kollegin hier als Lehrperson auftritt, die aber gar nicht hier erwähnt ist. Wichtig sind Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Modul, weil es hier im ersten Semester ist, trifft das hier noch nicht zu. Wenn wir mal gerade gucken bei Programmieren 2, dann sehen Sie, die Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Modul ist, Programmieren 2 ist, dass Sie Programmieren 1 erfolgreich bewältigt haben. Also insofern gibt es versteckt in den Modulbeschreibungen Abhängigkeiten, was Sie vorgeleistet haben müssen, bevor Sie irgendein anderes Modul belegen dürfen. Erstes Semester also keine Voraussetzungen. Hier gibt es noch Empfehlungen, dass man zum Beispiel einen Brückenkurs machen sollte, wenn man noch nie etwas mit der Programmierung zu tun gehabt hat. Es wird ausgewiesen, ob es Bonuspunkte geben kann. Das wird aber in der Veranstaltung angekündigt. Und hier gibt es dann auch noch die Unterscheidung, was ist die eigentliche Prüfungsleistung? Hier eine Klausur und oder eine Entwicklungsarbeit. Die machen zusammen 100% aus. Das wird Ihnen auch bekannt gegeben. Kann sich jedes Semester ein wenig ändern, je nachdem, wer diese Veranstaltung macht. Und auch wichtig, die Prüfungsvorleistung. Wenn Sie die Vorleistung nicht bestanden haben, dürfen Sie die Prüfungsleistung nicht erbringen. Hier ist dann gelistet Hausübung, Kurztest, regelmäßige Teilnahme am Praktikum oder Praktikumsleistung. Das wird Ihnen auch wieder bekannt gegeben, wie das in dem speziellen Semester, in dem Sie sind, gestaltet wird. Und wichtig ist aber zu unterscheiden, die Vorleistung von der eigentlichen Prüfungsleistung. Dann, das finden Sie auch in der Studiengangsübersicht, die sich in der Prüfungsordnung findet. Wie viele Credits werden Ihnen dafür angerechnet von diesen 180 für das gesamte Studium? Und dann sehen Sie hier etwas, wie man da rechnet. Da gibt es einen Arbeitsaufwand, eine Präsenzzeit und das Selbststudium. Da sind Stunden angegeben. Wie kommen die eigentlich zustande? Bei sechs Credits rechnet man mal 30. Das stand eben kurz da oben drüber, wo ich das mal erwähnt habe, dass wir gleich darauf zurückkommen werden. Das heißt, man geht davon aus, durchschnittlich ist ein Student, eine Studentin, 180 Stunden mit diesem Modul beschäftigt. 180 Stunden. Wenn Sie allein eine 40-Stunden-Woche annehmen, da sehen Sie hier schon, das sind mindestens ein Monat und ein bisschen noch mal obendrauf. Das wäre, wenn Sie das Vollzeit nur betrachten würden. Das zieht sich aber über das ganze Semester bis zur eigentlichen Prüfung. Das ist also schon ein Batzen Zeit, der Ihnen da abverlangt wird. Davon ist die Hälfte Präsenzzeit und die andere Hälfte wird erwartet, dass Sie Selbststudienzeit haben. Das ist, das müssen Sie nur als Studierende verstehen, das ist die Erwartungshaltung mit der Lehrende. Die kennen ja diese Modulbeschreibung sehr genau. Lehrende arbeiten sehr klar mit diesen Vorstellungen, was ist Präsenzzeit und was ist Selbststudienzeit. Wenn Sie Präsenzzeit haben, dann ist das die Zeit vor Ort, dass Sie also an dem Praktikum, an einer Übung oder der Vorlesung teilnehmen, die für dieses Modul angeboten werden. Dann sagt man einfach, da sind schon über die Vorlesungszeit 90 Stunden weg. Aber es wird erwartet, dass Sie zur Vorbereitung einmal auf die Klausur, aber auch für die zwischen den Wochen liegenden Zeiten, wenn Sie also von Semesterwoche zu Semesterwoche in der Vorlesungszeit springen, dann müssen Sie ja zum Teil Aufgaben bearbeiten. Hier nehmen Sie Prüfungsvorleistungen, sonst kriegen Sie die Hausübungen zum Beispiel nicht bewältigt und die Klausurvorbereitungen, das Nachprogrammieren, das Nacharbeiten, das ist alles Selbststudienzeit. Die müssen Sie also selber aufbringen. Die stehen ja auch nicht im Stundenplan für Sie drin. Ganz wichtig also, wie Sie daran erkennen können, wenn man mal das über die 30 Credits für ein halbes Jahr, für ein Semester sieht, da sind das über 900 Stunden, wenn ich das gerade richtig, ja mal fünf, ne, 900 Stunden, das ist die Annahme, dass Sie Vollzeit ein Studium betreiben. Vollzeit. Wenn Sie arbeiten gehen, sollte Ihnen schon klar sein, manchmal müssen Sie das ja auch, das ist ja gar nichts Schlimmes, dass man muss, da muss man nur realistisch sehen, kriegt man noch das Studium, wie in Vollzeit bewältigt, wahrscheinlich eher nicht. Da muss man vielleicht das ein oder andere Modul weglassen, damit man gut durch so einen und auch gesund durch so ein Studium kommt. Noch, wie ergeben sich diese Aufteilungen 90 Stunden jeweils? Die Präsenzzeit, die wird aus den Semesterwochenstunden ausgerechnet. Sie haben 15, also da ist, Sie haben, wenn Sie in den Studienplan, die Planung für ein Semester reinschauen, dann haben Sie 14 Vorlesungswochen. Hier rechnet man mit 15 Wochen, das ist einfach so gesetzt, 15 Wochen und dann ist eine SWS 1 und wenn Sie 6 haben, müssen Sie also 15 mal 6 rechnen, dann kommen Sie genau auf diese 90 Stunden Präsenzzeit. Das ist alles ein bisschen komisch gerechnet, weil Sie wissen eigentlich nicht eine volle Stunde, sondern Sie haben eine SWS in 45 Minuten wirklich im Hörsaal. Aber da geht man jetzt einfach mal drüber hinweg. Das ist also alles ein bisschen geschönigt, berechnet, ist halt so vorgegeben und dann zieht man diese 90 Stunden von den 180 ab und dann bleiben 90 Stunden Selbststudium. Hier steht nochmal, welche Lehrformen es gibt. Eine Kurzbeschreibung zu diesem Modul, was man da erlernt. Das gibt es dann auch nochmal auf Englisch. und dann kommen sehr detailliert in diesem Fall hier die Inhalte, die es gibt. Sie können also an dieser Beschreibung schon sehr gut sehen, was Sie alles von den Themen, von dem, was wir bearbeiten werden, was wir beackern werden, was da alles rankommt. Das ist nicht wenig, aber das haben Sie im Studium sehr schnell. Es wird einiges an Stoff durchgemacht. Das unterscheidet sich also sehr von der Schule. Dann wird nochmal hier in Qualifikationsziele unterschieden, welche Fachkompetenzen man von Ihnen erwartet, welche Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen. Wofür ist dieses Modul verwendbar? Das heißt einbringbar. Dann sehen Sie, dass es mehrere Studiengänge gibt, nämlich drei, wo dieses Modul angeboten wird. Der Bachelorinformatik, der Ingenieursinformatik und der Bioinformatik. Wie häufig wird das angeboten? Das ist ganz interessant für Sie, wenn Sie an ein Modul aus dem Wahlpflichtpool schauen. Das muss nicht so sein, dass ein Modul jedes Semester angeboten wird, sondern das kann auch jährlich sein oder bei Bedarf. Die Sprache ist dann auch nochmal wichtig. Es gibt also auch manchmal, ich glaube in unserem Studium, ganz, 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 ganz wenig, in unserem Studiengang der Informatik, dass mal Englisch vorkommt. Also hier auch die Zeit, das sieht man, Dauer des Moduls. Die meisten Module erstrecken sich über genau nur ein Semester. Es kann auch mal vorkommen, dass es etwas über zwei Semester gibt. Das, was wir schon hatten, hier ist aufgeschlüsselt, Vorlesung 2 SWS, das heißt, Sie haben in Ihrem Stundenplan anderthalb Stunden Vorlesung, anderthalb Stunden Übung und anderthalb Stunden ein Praktikum. Und hier wird verwiesen auf Literatur, die sich zum Beispiel aus unserer Bibliothek besorgen können oder wie in diesem Fall ist ein Link angegeben. Das können Sie als Begleitmaterial sich besorgen, um sich besser vorzubereiten oder nachzubereiten. Da bekommen Sie aber auch meistens am Anfang des Semesters auch noch mal erzählt, was da für Sie wichtig ist. Würden wir jetzt irgendwo hier hinspringen an irgendein beliebiges, nehmen wir mal Wahlpflichtmodul, dann würden Sie sehen, Entwicklung mobiler Applikationen ist genau der gleiche Aufbau. Voraussetzungen sind hier wieder ganz wichtig. Gibt es Bonuspunkte? Hier gibt es keine. Hier gibt es keine Prüfungsvorleistung, sondern nur eine Prüfungsleistung. Und auch wieder, wie das Ganze aufgebaut ist von den Stunden. Sie sehen hier sogar 270 Stunden. Das ist sogar ein 9-Credit-Fach. Das hat also noch mal viel, viel mehr Wertigkeit. Hat nur eine relativ geringe Präsenzzeit, aber dafür einen sehr hohen Selbststudienanteil. Worum es da geht, welche Inhalte da sind, welche Kompetenzen ausgebildet werden sollen, wie häufig das angeboten wird. Sie sehen, jährlich ein Semester dauert dieses Modul. Hier noch mal die Bestätigung. Es ist also vier SWS und das wird als Praktikum angeboten. Und die Literatur und Medien wird mit den Studierenden besprochen. Hier, das ist ein Modul, was Entwicklung mobiler Applikationen angepasst wird. Jedes Semester an Bedarfe, moderne Entwicklungen. Insofern wird dann auch die Literatur angepasst und in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. Das wieder als Orientierungswissen. Jetzt haben Sie einmal im Blick, wie so eine Modulbeschreibung aufgebaut ist und wie sie sich daraus auch wieder einen Wissenschatz ergibt, was sie erwartet, was sie tun müssen, was ihnen an Hilfsangeboten gemacht werden, welche Voraussetzungen es gibt. Damit sollten Sie wesentlich besser klarkommen im Studium.